PCR-Test ist ja nicht ganz kostengünstiger. Die Impfung kriege ich gratis. Den PCR-Test muss ich unter Umständen selbst bezahlen, außer es gibt Anweisungen von der Behörde oder wie auch immer. Wer kommt denn da für die ganzen Kosten auf? Im Moment ist es so, dass es noch kein kostenfreies Angebot für die, die sich einen PCR-Test wünschen, bis auf die behördlich angewiesenen Tests gibt. Die behördlich Angewiesenen werden über das Land vorfinanziert und dem Bund dann in Rechnung gestellt. Das ist im Epidemiegesetz so geregelt, dass im Falle einer Epidemie oder wie wir jetzt eine Pandemie haben, der Bund diese Kosten trägt. Und wir werden bis spätestens den 22. auch ein kostenfreies PCR-Testangebot in Vorarlberg aufgleisen. Wir sind mit den Systempartnern im Gespräch. Wir brauchen noch ein paar Stunden, um die ganzen Details alle zu klären, werden aber Anfang nächste Woche dann darüber informieren. Wir werden mehrere Abnahmestellen in ganz Vorarlberg ermöglichen, damit die jungen Menschen wirklich die Wahl haben. Persönlich hoffe ich natürlich, dass sich auch sehr viele für die Impfung entscheiden.